Meine Lieben, morgen ist Vollmond und Vollmond in der Jungfrau läutet eine ganz wichtige Phase ein. Und wie du sie nutzen kannst und warum sie so wichtig ist, erkläre ich euch jetzt in dem Video. Möchtest du vielleicht jetzt endlich mal so deine Wünsche, deine Träume manifestieren, dann ist dieser Mondzyklus im Zeichen Jungfrau und dieses super Zusammenspiel von Mond und Sonne ganz wichtig. Dieser Vollmond bietet nämlich wirklich so die Möglichkeit für uns alle, unsere Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Ist das nicht schön? Und alles loszulassen, was vielleicht so an Hürden, an Blockaden in der Vergangenheit, euren Zielen und Wünschen im Weg stand, ja. Also die Zeitqualität von diesem Vollmond ist schon super, super intensiv, ja. Kurz davor traf jetzt Chiron auf den absteigenden Mondknoten. So, das ist natürlich so ein Thema, was so eine schmerzhafte Wunde geöffnet hat und gleichzeitig so ein Portal für Erkenntnis und Weisheit, aber auch für Mitgefühl. Wir haben ja jetzt im Moment, wir beginnen die Phase der Fische und wir befinden uns so am Ende des Tierkreises, gehen dann bald ins neue astrologische Jahr hinein und das ist eine Phase von Abschluss, Loslassen. Auch das Auflösen von alten Mustern und Anhaftungen ist jetzt ein ganz großes Thema. Wir können gleichzeitig einen sehr guten Samen aussehen, der unser zukünftiges Wachstum richtig schön gedeihen lässt. Also die Zeit des Stillhaltens ist jetzt ein bisschen durch für euch alle. Das heißt, der aktuelle Vollmond ermöglicht uns, dank so einer Kombination aus der Logik der Jungfrau und den Träumen der Fische, einen festen Stand auf die Erde zu bringen. Also Intuition gepaart mit einem sehr realistischen Blick fürs Detail. Und jeder Vollmond fordert ja dazu heraus, zwei gegensätzliche Zeichen so in Einklang zu bringen, ja. So fördert die Fische-Sonne kreative Ansätze, Spiritualität natürlich, Hingabe zu spirituellen Themen. Und dann kommt aber die Realität dazu und das sehr praktisch orientierte Jungfraudenken. Und das finde ich ist ganz gut, ja. Merkur spielt in diesem Fall als Kommunikationsplanet bei diesem Vollmond eine ganz wichtige Rolle. Denn er hat einen Aspekt zur Sonne und da kann es etwas heikler werden, bei der ein oder anderen Diskussion oder bei einer Meinungsverschiedenheit. Hier gilt es jetzt also auch, rational und emotional zu kommunizieren, aber eben jetzt nicht das eine über das andere zu stellen, sondern versuchen hier einen Einklang zu schaffen. Und Saturn lehrt uns während seiner Zeit in den Fischen, und das wird ja noch bis Mai 2025 sein, Verantwortungsbewusstsein sowie innere Reife anzunehmen und unter anderem fragend, ob wir fähig sind, unsere spirituellen Überzeugungen tatsächlich umzusetzen. Der Jupiter hingegen verbindet sich ganz harmonisch mit dem aktuellen Vollmond, wodurch so eine Zuversicht entsteht. Wir gewinnen an Selbstvertrauen, wir können wieder ganz gestärkt und geerdet so durchs Leben gehen. Und die Lernaufgabe bei diesem Vollmond besteht wirklich auch darin, sich den täglichen Herausforderungen, aber auch so den Herausforderungen in Partnerschaft und im sozialen Umgang mit anderen, sich ohne Knurren entgegenzustellen. Nur so gelingt es denn letztlich, dass wir unsere Wünsche und unsere Träume ein Stück greifbarer machen. Also, am 24. Februar befindet sich die Sonne in den Fischen und der Mond in der Jungfrau. Im sechsten Grad zum Vollmond, der Vollmond markiert in diesem Falle das Ende des letzten 29-tägigen Zyklus und in dieser Zeit werden halt jetzt Dinge richtig schön sichtbar, ja. Und das finde ich eben so das Schöne, dass wir eine Qualität bekommen, die sehr erstrebenswert ist, eben Vernunft, Vertrauen, Verstand, Gefühl so richtig schön in Einklang zu bringen, ja. Also, das ist wirklich etwas richtig Positives. Weiterhin hat dieser Vollmond natürlich auch eine ganz starke karmische Komponente durch den Saturn, ne. Und das kann natürlich zum einen vielleicht ein bisschen, wenn ihr so ein bisschen sensibel seid, dann könnt ihr das eher als, ja, vielleicht auch eine Einschränkung wahrnehmen. Andererseits kann es als Anstoß genommen werden, um wieder in das Wesentliche zurückzufinden, wieder in seinen Alltag, in seinen Rhythmus zurückzufinden. Und das ist natürlich eine ganz schöne Geschichte. Dann haben wir ein Quadrat. Die Venus im Wassermann macht eine Quadratur auf den Jupiter im Stier. Und da ist es wichtig, die eigenen Werte einzubeziehen und auch das Vertrauen zu haben, dass man jetzt positive Entwicklungen herbeiführen kann, ja. Also, ich glaube, so diese Mischung aus diesem, ja, diesem ordentlichen, organisierten Wesen der Jungfrau macht natürlich jetzt ganz vieles aus, um hier wieder Struktur zu bekommen. Und das wird doch, glaube ich, ganz gut werden. Gleichzeitig können wir natürlich viel unnötigen Ballast aus dem Raum werfen und Platz schaffen für die Herzenswünsche. Also, je pragmatischer wir jetzt vorgehen, desto leichter fällt uns das Loslassen. Je weniger Last nehmen wir mit in das Frühjahr hinein, in das neue astrologische Jahr und sind wieder in einem richtig schönen, natürlichen Rhythmus drin. Jetzt haben wir ja diesen Jungfrau-Vollmond und der, ja, möchte ich sagen, bietet jetzt einiges, was wir tun können in diesen 14 Tagen, also auch für unseren Körper, ja. Also, vielleicht fühlen wir uns gerade nicht schön genug, ja. Vielleicht fühlen wir uns auch ein bisschen, ja, dass wir vielleicht sind wir auch ein bisschen überkritisch mit uns selber. Vielleicht fühlen wir uns auch ein bisschen reizsam. Dann sollten wir uns jetzt ein bisschen zurückziehen, auf uns selber zu konzentrieren und natürlich auch Pläne schmieden, die wirklich Veränderungen herbeiführen. Also, mehr Gelassenheit anstreben oder eben zum Beispiel auch jetzt ist natürlich eine super Zeit, eine Diät zu beginnen oder eben nochmal irgendeine Kur zu machen oder ähnliches, ja. Also, der Frühling kommt ja langsam. Wir haben jetzt heute mal wieder ein paar, ja, ein paar Sonnenstrahlen erleben dürfen heute Morgen nach diesem Sturm gestern. Ich habe gedacht, ich wohne an der Nordsee, so wie das hier gestürmt hat, ja. Und da kann man jetzt natürlich sich gut auf den Frühling vorbereiten, ja. Also, in so alten chinesischen Texten wird der Körper ja immer mit einem Garten verglichen, in dem schöne Blumen und Heilkräuter wachsen und ähnliches, ja. Und jetzt ist die Zeit gekommen, um uns, um unseren Körper, um diesen Garten sozusagen zu kümmern, ja. Und das ist wunderbar möglich jetzt bei diesem Vollmond. Also, unser Immunsystem wieder auf Vordermann zu bringen, ja, unsere Abwehrmechanismen sozusagen wieder zu stärken. Und das ist, glaube ich, richtig positiv, ja. Also, damit könnt ihr jetzt wirklich anfangen, um, ja, einfach ein neues Bild auch für euch wieder zu bekommen. Die Jungfrau wird ja auch ganz oft mit dem Bild von so einem fürsorglichen Gärtner dargestellt, ja. Und dadurch haben wir ja diese Verbindung. Also, Ordnung, Achtsamkeit, Sorgfalt, das sind so zentrale Eigenschaften, die diese Jungfrauenergie jetzt mitbringt. Und, ähm, die ja generell von großer Bedeutung sind, ob wir jetzt um den Körper oder um den Garten kümmern, ja. Und, ähm, wichtig ist jetzt, Hegen pflegen, ähm, Kuren zu machen, Wellness zu machen. Also, etwas, was euch, eurem Körper gut tut. Und wir haben ja dann nochmal am 10. März den Neumond in den Fischen. Und da können wir Schluss machen mit allen Süchten, nämlich, ähm, die wir haben. Also, oder, sag ich mal, mit allen Verlangen, die wir vielleicht loswerden wollen, ne, wie zum Beispiel vielleicht das Rauchen oder, ähm, Süßigkeiten oder Ähnliches, ne. Und das ist jetzt eben die Vorbereitung daraufhin dann auf diesen Neumond in den Fischen am 10. März. Und da können wir jetzt wirklich relativ vieles erledigen. Also, ich glaube, dass das doch unter sehr positiven Gestirnen steht, ja. Ja, und gleichzeitig kommt ja auch so seit gestern dieses Verlangen eben auch mit Mars-Venus nach äußerer Schönheit, ne, nach innerer Ausstrahlung. Und, ja, wir können jetzt mit dieser Kraft ganz viel bewegen, um nicht nur unserer Seele, sondern auch unserem Körper etwas Gutes zu tun. Ihr seht ja, ich bin ja auch dabei, kontinuierlich, ähm, am Abnehmerpest, ähm, fast 10 Kilo weg schon. Also, das ist natürlich richtig gut. Und das macht natürlich auch Spaß, wenn man das dann so ein bisschen sieht, wie, ähm, wie das Ganze funktioniert. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mir natürlich klar meine Energiebooster draufgebe, aber ich habe mir ganz viel über, äh, durchgelesen, Blutzuckerdiäten, dies, das, jenes. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich einfach mal radikal FDH und das ist, äh, das, was jetzt bisher am besten geklappt hat. Also, dass ich so eigentlich auf gar nichts verzichte, aber einfach die Hälfte von dem konsumiere oder esse, was ich sonst gegessen habe. Und das funktioniert sehr gut. Und wir können jetzt ein neues Kapitel aufschlagen, Körper, Geist, Seele, als so ein richtiges Triple machen. Und, und die Möglichkeit der Veränderung steht jetzt ganz, ganz, ganz klar bevor, ne. Dann eben auch diesen Gedankenballast wegzupowern, ja. Und das wird, glaube ich, eine richtig gute, schöne, ermutigende Phase für uns alle werden. Und deshalb lade ich euch natürlich ein zum Vollmond Live am Samstagabend, 19.30. Da habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, den schönen Vollmondbooster zu haben und die Möglichkeit im Anschluss noch an die Zeremonie, ähm, da teilzunehmen. Die könnt ihr natürlich auch buchen, kommt in meinen WhatsApp-Verteiler rein, da habt ihr immer super Angebote. Und Sonntagnachmittag zum Kaffee, 16 Uhr, bin ich wieder für euch auch live. Also, wir haben ein schönes Beratungswochenende vor uns. Ich freue mich auf euch jetzt auch auf die Kommentare. Lasst mal ein Like da und schreibt mal rein, was ihr vielleicht so vorhabt, was ihr loswerden wollt, welche ungesunden Muster ihr hinter euch lassen wollt. Das würde mich jetzt interessieren. Bis dahin, euer Michael. Ciao.